Und hat gerade noch eine Einmeldung erreicht. Besonders interessiert uns die Quantenbiometrie. Und jetzt kommt die erste Überraschung. Dass die dunkle Materie unsichtbar, aber da ist. Aber wir wissen, dass es Lücken hat. Uns hat gerade noch eine Einmeldung erreicht. Gesucht wird die dunkle Materie. Denn genau sie fehlt den WissenschaftlerInnen noch, um 100% alle Materie, die uns umgibt, beschreiben zu können. Stand heute handelt es sich um ca. 85% fehlender Materie. Sie haben richtig gehört. Alles, was wir um uns mit unseren Augen sehen können, inklusive der Planeten und Sterne des Nachthimmels. Dies alles zusammen reicht gerade einmal aus, um gut 15% alle Materie zu beschreiben. Die erste Vermutung über die Existenz wurde nach Angaben des Archivs im Jahr 1933 von dem Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky aufgestellt. Im Jahr 1970 ist es der US-amerikanischen Astronomin Vera Rubin gelungen, erste Beweisbilder zu liefern. Laut Rubin ist die große Mehrheit aller Materie für uns unsichtbar. Nach der heutigen Ansicht vieler Fachkollegen und Kolleginnen hätte Frau Rubin für diese Beobachtung und ihre Belege den Nobelpreis verdient gehabt. Ihr blieb diese Anerkennung jedoch verwehrt. Ihre Forschung fand damals aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau war, nur wenig Unterstützung. Eine intensive und weltweite Suche nach dieser unsichtbaren Materie, auch dunkle Materie genannt, kam verzögert und zunächst nur stockend ins Laufen. Heute gilt die Frage nach der Natur der dunklen Materie als eine der größten Fragen der modernen Wissenschaft. Für einen tieferen Einblick haben wir nun eine Astro-Teilchen-Physikerin der Universität Hamburg zu Gast. Guten Abend. Guten Abend. Sie behaupten, knapp 85% aller Materie sei für uns nicht sichtbar. Wie kommen Sie darauf, wodurch diese Materie nicht sichtbar ist? Sie selbst ist zwar nicht sichtbar, aber ihre Auswirkungen auf sichtbare Materie können wir beobachten und messen. Als Beispiel, unsere Milchstraße rotiert. Sterne am Rand der Milchstraße würden nach außen wegfliegen, würden sie nicht von der Anziehungskraft umgehender Materie festgehalten werden. Und jetzt können wir messen und wissen daher, wie viel Masse wir in unserer Galaxie haben, wenn wir all die Sterne, die Planeten und sogar den Staub zusammenzählen. Und das Ergebnis dieser Rechnung ist, dass das alles zusammen bei weitem nicht ausreicht, um unsere Milchstraße zusammenzuhalten. Es muss also noch einen großen Anteil für uns nicht sichtbarer Materie geben, die wir daher auch dunkle Materie nennen. Sie haben die Milchstraße als Beispiel genannt. Das klingt, als gäbe es da noch mehr. Ja, absolut. Denn mit nur einer Beobachtung allein würden wir uns an dieser Stelle nicht zufrieden geben. Es gibt eine Vielzahl weiterer unabhängiger Beweise für die Existenz dunkler Materie. Daher auch hier mein Aufruf an die nächste Generation junger WissenschaftlerInnen helft bei dieser weltweiten Suchaktion. Vielen Dank an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, wir wissen also, dass der größte Teil der Materie im Universum aus sogenannter dunkler Materie besteht. Doch auch wenn ihre Existenz als gesichert gilt, bleibt ungewiss, woraus diese Materie im Kleinsten besteht. Dass sichtbare Materie aus kleinsten, elementaren Teilchen besteht, gilt als bewiesen. WissenschaftlerInnen haben daher die Hypothese aufgestellt, dass auch dunkle Materie aus elementaren Teilchen aufgebaut ist. Nun gilt es, diese Teilchen aufzuspüren und zu identifizieren. Theoretische PhysikerInnen erstellen hierfür Phantombilder. ExperimentalphysikerInnen nutzen dann diese Phantombilder, um in ihren Daten nach Spuren zu suchen, die zu diesen Bildern passen. Sie versuchen also, diesen Phantombildern ein Gesicht zu geben. Fragen Sie doch noch einmal unsere Experten, wie wir uns eine derartige Suche vorzustellen haben. Wie suchen Sie nun nach dunkler Materie? Es gibt viele verschiedene komplementäre Ansätze. Der Ansatz, den ich verfolge, nutzt die Tatsache, dass wir von dunkler Materie umgeben sind. Und dass die Teilchen permanent durch alles, was uns umgibt, durchfliegen. Also auch durch unsere Messgeräte. Und unsere Messgeräte in meiner Forschung sind extrem kalte Kristalle. Und mit extrem kalt meine ich ca. 200 Mal kälter als das Universum selbst. Also nahe dem absoluten Nullpunkt bei ca. minus 273 Grad Celsius. Und die meiste Zeit fliegen die dunklen Materieteilchen einfach durch die Kristalle durch, ohne dass irgendetwas passiert. Aber wir erwarten, dass Sie, wenn auch sehr, sehr, sehr selten, immer mal wieder gegen einen Atomkern oder ein Elektron stoßen. Und wenn Sie das tun, fängt der ganze Kristall an zu vibrieren. Weil das betroffene Atom mit den umgebenden Atomen im Kristall verbunden ist. Und Sie kennen das selbst. Je mehr man sich bewegt, desto wärmer wird einem. Ähnlich ist es in dem Kristall. Die Vibrationen führen zu einem minimalen Temperaturanstieg, den wir mit unseren hochsensiblen Thermometern messen können. Und so kommen wir letztendlich der dunklen Materie auf die Spur. Ja gut, aber können nicht auch normale, sichtbare Materieteilchen zu derartigen Vibrationen führen? Das ist korrekt. Wir müssen also zunächst alle Spuren sichtbarer Materieteilchen identifizieren und ausschließen. Wie Spuren an einem Tatort von unschuldigen Zivilisten. Und wenn wir alle unbekannten Spuren identifiziert haben, zum Beispiel ein Fußabdruck, dann nehmen wir diese und vergleichen die mit unseren Phantombildern. Dann passt zum Beispiel dieser Fußabdruck zu einem unserer Phantombilder. Und im Fall dieser extrem kalten Kristalle passt die Höhe des Temperaturanstiegs zu einem der dunklen Materie-Kandidaten. Und je sauberer wir also diese Spuren trennen und je genauer die Phantombilder sind, desto sicherer können wir also sagen, ob es sich um dunkle Materie gehandelt hat oder nicht. Und wenn Sie dunkle Materie identifiziert haben, was stellen Sie dann mit diesem Wissen an? Das ist eine sehr gute Frage. Sobald wir die dunklen Materieteilchen identifiziert haben, wird es uns eine ganz neue Perspektive auf die verschiedensten Bereiche geben. Zum Beispiel den Bereich der Raumfahrt, aber auch der Energiegewinnung oder der Kommunikation. Im Detail werden wir es wissen, wenn wir die dunklen Materieteilchen identifiziert haben. Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Suche und einen schönen Abend. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, für weitere sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an das Excellence Cluster Quantum Universe der Universität Hamburg und des DESY Forschungszentrums. Und damit zum Wetter. unter anden Berlins